Hallo Akbar! Nein! Dennis! Dennis! Genau so hat er mich auch da reingelockt, das dreckige Drecksloch. Ich hab mich aber durchgeladen. Ich hab mich aber durchgeladen. Ja genau. Da müsst ihr Geländewagen nehmen, weil das ist auf einer Insel. Es gibt nur 5 und 6. Geil. Ich glaub es gibt sogar 8. Ich find's lustig. Ich nicht. Da müsst ihr euch mal gute Wagen nehmen, ihr Flottidioten. Ja, ich bin ja in so einem Film wohl mit einem Buggys. Ich hab mich aber durchgeladen, weißt du. Ich hab mich wieder durchgeladen. Hab random draufklicken auf die Buggys gefunden. Lass mal starten. Soll ich auch nur diese Map von Los Andros? Ja. Aber es ist auf einer Insel oder so safe. Das ist auch auf einer Insel. Ah ok jetzt. Wie viele kannst du machen? 4? Mhm. Mhm. Wie viele Runden man braucht, um zu finden. Ja 4. Du hast Sportwagen reingemacht, ne? Ja. Ah genau. Wenn wir uns mal ausgeglichen werden. Geil. Was nehme ich jetzt, Alter? Du musst irgendwie da was umf... Jetzt krieg ich so einen Sportwagen, keine Dings. Ah, ich hab den Schatzwagen, den ich auch dann vorhin hatte. Ich hab immer was ganz ok. Den Buffalo hab ich. Hat jemand den Buffalo da? So. Wie gesagt, voll die große Insel. Hurra, wo seid ihr? Dann ist das gleiche Auto. Verlierer. Nein, ich bin tot! Oh mein Lord. Oh mein Lord. Außerdem, ihr müsst nicht aufpassen, da gibt's eine andere Stelle. Wenn man ausweicht, da gibt's einfach so einen Bergabrunter. Richtig eklig. Ihr habt den gleichen Wagen. Das ist geil. Wow. Was. Ich glaub, er wird niemand bis zu raus. Deniz. Deniz, das war knapp. Hör doch, pass auf. Du bist tot. Hör doch, pass auf. Du bist tot. Außer du kriegst... WTF. Oh, Deniz vorbei. Hör doch, rückwärts. Hör doch, rückwärts. Hör doch, rückwärts. Hör doch, hab fast runtergefallen. Oh mein Gott, er hat zu schnell, er überschlägt sich. Ab mit ins Wasser. Oh, die drifts, die drifts. Wie hat das? Hä, what the fuck? Ja, ich hab da runtergefallen. Du bist runtergefallen. Das hat gewonnen. Ey, ich hab voll die Drecks gerade. Aber die Insel ist viel zu groß irgendwie für 3. Fingstandard, ist 8. Jawoll, ein Sieg. Also wo so kleiner ist, da hat man mehr Fights. Das find ich lustig, ey. Ja, auf dieser Maistower ist das schon übertrieben, aber. Ja, auf dem großen war zu klein, aber ich mein jetzt auf dem davor war lustig. Und diese rechte, also links war. Ich bleib mal kurz stehen, muss Radios machen. Wie er das extra sagt, Alter. Ich werde genau so weitergehen! Wie er wunderschön! Ja ja, ja! Ja, 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 ja! Ich dachte halt, ich muss rein wegen der Wich. Wie der Wich. Ah, mein Name ist... Mein Name ist krassend. Oh mein Name ist das zu weit. Oh mein Name ist das zu weit. Hallo, Papa! Dennis! Dennis! Genauso hat er mich auch da reingelockt in das dreckige Drecksloch. Ja, mach mal zwei Runden. Lass mal auf Dennis gehen. Ja, naja, spaß dir. Fickt uns beide in das gleich dreckige Drecksloch. Warst du da hoch? Ja, der hat mich da auch reingefickt. Das ist voll die eklige Stelle über den Hügel drüber so. Und du fliegst in der Luft. Und man sieht das dann gar nicht, ey. Und wenn man es dann sieht, ist es zu spät. Schau mal kurz das Radio aus, Mann. Aha. Ich hab so Regenrückwärtsradio gerade an. Oh, die Stelle ist so evola, ne? Ist jemand da? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Willst du mich verarschen? Die Karre war scheiße, Alter. Die Karre war scheiße. Die Karre war scheiße. Wenn man irgendwo gegenfährt, die rast komplett aus und man fällt einfach nur runter, Alter. Aber der Verlierer ist geil. Also das Auto heißt so. Hast du das? Aufgettuned sieht der nice aus. Ja, weil ich fall runter. Aber ich find auch die Map ist zu groß, da ist nicht so viel Fun. Ja, aber die Asi-Stellen sind schon nice gemacht. Also gut du hast gewählt. Ja, das sind gute Asi-Stellen, ja. Und hier sind richtig gute Asi-Stellen. Da ist Dennis. Du bist der Wahnsinn, der Wichser da oben. Ja, komm, er soll... Ja, nein, ja! Was? Und der überlegt das? Es ist so... Hä? Was? Ey, du bist los. Ey, du bist los. Was auch, der will dich wieder... Ich lege! Willst du mich verarschen? Nein. Jetzt ist er runter. Jetzt ist er da drin, du fassduch. Ja, ja, ja. Ich hab grad einen perfekten Donut gemacht, Alter. Er will mich wieder dahin locken. Jetzt guck ich schon wieder an, dann wird er weg. Ja, dann. Mit dem Buggy wäre er ja schon weg. Alter wäre ich da zu schnell gewesen. Lalalalalalala. Hm. Ja, dann flieg! Ich fliege. Ich fliege. Ich fliege hart. Ich weiß schon das Ganze mit AD und Störungen und so machen. Alter, das ist schon eine andere Stelle, die du dann hörst. Ich mag dieses Gewinnen, dieser Sound. Ja. Alter, das war schon Risky. Na gut, na? Ich wusste gar nicht, dass es so eine Insel gibt überhaupt. Die ist aber voll kacke irgendwie, für das zu sein. Eine Kackwurst. Dennis, du musst gewinnen, dann ist es zu Ende, ne? Mhm. Ja, hast du nicht gewinnt. Das werde ich nicht zulassen. Ich werde ich verlieren. Ich habe extra eine spezielle Pose genommen, nur falls ich gewinne. Ich habe keine Pose genommen, weil ich eh verliere. Ich habe keine Pose genommen, weil ich eh verliere. Ja, dieser Bette ist ja richtig. Du fliegst ja gleich. Ich würde zu lassen, das ist nicht gewinnt. Ja, das ist immer so ein Millimeter, ey. Okay, der lockt sich da hin. Läuft ihm, läuft ihm, läuft ihm da hin. Der rollt auf dem Rücken ganz den Berg runter. Nein. Du bist die ganze Zeit auf dem Rücken, so wie nur Schildkröne, die nichts machen können. Ja. Okay, rollt auch nicht Matchpoint. Ich bin jetzt schon beim Matchpoint. Ne, du hast zwei Siege jetzt. Ja? Ich habe drei. Ich habe drei. Ich habe drei. Ich habe drei. Einander, bitte dich jetzt nicht wieder umbringen lassen. Oder bring dich selbst nicht um. Hat jemand überhaupt mal eine Runde gewonnen? Nein. Alter, wo ist das? Ja, dann. Der ist AFK, lass den mal. Ja, ist jetzt die AFK. Alles ist auch nicht AFK. Na ja, warum sagt der nichts? Ja, dann. Ja, was denn? Sag nichts. Der konzentriert sich jetzt. Nein. Mit dir, Denny. Oh, Jota. So knapp. Und dann mit dir. Oh, Jota. Nein. 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 Ich sehe nur, wie Jota so in den Abdruck geht, Alter. Piss nicht, Alter. Dennis, Mann, passiert das mal. Piss nicht. Nein. Nein. Ey, Jota fliegt an dir vorbei. Direkt in diese. Ich sehe so, einfach, Jota fliegt über diese Erhebung, auf einmal Jota weg. Ja. Kira 3, Dennis 3, Jonathan 0 Punkte. Ja, dann hast du überhaupt schon mal gewonnen. Ich war einfach nur so voll chillig. Schön so Zillermunkern. Das ist doch der Camaro, den ich hab, oder nicht? Ja, ich hab, glaub ich, den Camaro. Ich liege. Ja, Lügner. Ich bin da geflogen. Komm, wie Jota da steht. Das ist ja bei uns. Das war wie Jota. Er wartet bis einer von uns den Fehler macht und dann staubt er ab. Ja, komm, komm, komm. Lass mich bitte. Ja, dann. Ja, dann. Fink, 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 fink. Fink, fink. Tschüss. Beide. Beide stehen einander, ich geb Gas. Nein. Oh, überlebt. Ich verarschen. Einfach, Kira drückt immer mit, egal welchem Auto er hat. Den anderen weg. Was? Er ist ein professioneller Driver, ne? Oh. Oh, mein Gott. Hallo. Das Eisachschaden, was sieht aus, also? Oh, ja, komm. Oh, fuck. Kameral power-reliess, wie weiß. Und das war's. Oh nein, 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 nein. Er kann sich retten, gerade so. Er gibt Rückholz, gar. Das ist ein spannendes Duell. Eine Minute noch auf der Uhr. Du musst voll auf driften, Alter. Eine Minute auf der Uhr. Ich dachte da ist der am Grund. Er hat aber... Nein! Das ist falsch! Ich hab Jotan gewonnen, oder? Glaubst du von S? Ne, Jotan hat gewonnen mal wieder. Ich hab gewonnen, Jotan war... 12k! Ich hab 14k bekommen, die Mission geben voll viel sogar. Ich hab 9. Und die machen Spaß. Jawoll! Ach, war mal wieder. Ganz lustig nur. Ich glaube, der macht noch ein Sieg höchste. Er hat noch ein Sieg höchste.